Hallo zusammen, im heutigen Video geht es um das neue Update Release 3.2.0, das Ende August 2021 herausgekommen ist. Ich zeige euch alle Änderungen, alle sieben Änderungen, ihr seht sie auch hier an der Seite, plus eine weitere geheime Überraschungsänderung und die hat man heimlich hinzugefügt. Ich habe es aber zufällig gemerkt und ich glaube diese Änderung wird euch mega freuen. Deswegen bleibt bis zum Schluss dabei und schaut sie euch an. Einige von euch haben das Glück, dass ihr bereits das Update habt, so wie auch mein Smurf hier, mein zweiter Account. Er hatte das Glück, mein richtiger Account, mein Hauptaccount hat das Glück noch nicht. Der muss sich noch gedulden, vor allem weil er auf dem iPhone ist. Und ihr wisst ja, wir iPhone Nutzer erhalten das Update immer ganz zum Schluss. Deswegen, ich kann euch auch nicht ganz sagen, wann es für alle ausgerollt ist. Aber ich hoffe, wir in den nächsten Tagen haben es dann alle. So, was ist neu? Fangen wir direkt mit der ersten Neuerung an. Das neue Kapitel 26, Land der Toten. Ihr seht es hier. Und was muss ich dazu sagen? Ich persönlich, und ich glaube, es trifft auch sehr viele von euch, ist diese Änderung eigentlich ein bisschen egal. Denn es ist schön, es zu wissen, dass es ein Kapitel 26 gibt. Aber weder mein zweiter Account noch mein Hauptaccount sind so weit. Denn ich bin gerade im Kapitel 21, also noch meilenweit entfernt vom Kapitel 26. Und ich, also es ist mein Bauchgefühl, aber ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die schon mit Kapitel 25 fertig sind. Wie auch immer, die nächsten Neuerungen sind aber richtig cool, denn die Mystery Mine hat einen neuen Kampfvertrag oder Kampfvertragsfunktion. Und das bedeutet, je schwieriger ihr eure, ja, geheime Mine hier gestaltet, desto mehr Belohnungen erhaltet ihr. Wie funktioniert das Ganze? Ihr müsst hier auf diese zwei gekreuzten Schwerter klicken. Und dann seht ihr hier diese Herausforderungen. Ihr könnt da einmal draufklicken, dann seht ihr die Herausforderungen und die Belohnungen, die ihr erhaltet, wenn ihr die Herausforderungen meistert. Ihr könnt hier oben auf Akzeptieren drücken und dann habt ihr diese Herausforderungen. Ihr könnt auch direkt mehrere Herausforderungen nehmen, zum Beispiel auch hier einmal, um die Erfahrung zu steigern. Und was jetzt ganz neu ist, auch um Ausrüstung zu erhalten und die Chance Ausrüstung zu erhalten, zu erhöhen. Bisher war das ja so, in der Geheim-Mine hat man keine Ausrüstung erhalten und nun ist es möglich und, ja, man kann auch mehrere Ausrüstungen, ja, mehrere Ausrüstungen erhalten und vor allem hier auch die Chance erhöhen. Ich habe schon Screenshots gesehen. Man kann bis zu fünf Equip-Teile erhalten. Ihr könnt also auch hier alles akzeptieren, alle Herausforderungen. Ihr seht dann hier, wie es schwieriger wird. Also hier im Endeffekt, euer eigener Angriff reduziert sich um 50%. Aber zum Schluss habt ihr auch dadurch auch viel mehr Belohnungen. 100% mehr Gold, 65% mehr EXP und 30% höhere Chance, Gegenstände zu erhalten. Also eine neue Sache. Ihr könnt quasi das Schwierigkeitslevel selbst bestimmen und damit auch die Belohnungen anpassen. Es ist eine tolle Sache. Die dritte Sache hier, Monster ausbrüten, hat eine neue Besuchsfunktion. Und dabei kann man andere Brutanlagen besuchen. Der Besuch verursacht, dass die, ja, dass die Monster schneller ausbrüten vom Besuchten und ihr erhaltet Energie dafür. Also die hier, die ihr benötigt, um spielen zu können. Leider ist diese Funktion, zumindest habe ich sie nicht gefunden, aber noch nicht aktiviert. Ich habe wirklich überall gesucht, konnte sie nicht finden und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie noch nicht aktiv ist, aus dem einfachen Grund, weil noch nicht alle das Update haben und das würde sich dann vermutlich ein bisschen stören, wenn einige Leute hier Leute besuchen, die das Update noch nicht haben und das würde dann vermutlich nicht so gut im Spiel funktionieren. Deswegen warten sie, bis das Update komplett ausgerollt ist und werden dann diese Funktion für alle freischalten. Ich denke, dass es eine gute Sache ist. Ich kann nämlich dann auch hier mit diesem zweiten Account, meinen Hauptaccount, besuchen gehen und im Hauptaccount dann einfach das Brüten, ja, einfach schneller machen. Ich denke, diese ID, die man hier sieht, wird man vermutlich dafür benutzen, um dann den Partner zu finden, um dann dieses Brüten zu beschleunigen. Gut, was gibt es als nächstes? Es gibt eine neue Waffe und ich hatte auch schon das Glück, dass ich sie einmal erhalten habe. Ihr seht sie, es ist ein Samurai-Schwert, es heißt aber Dämonenklinge Regen. Ich nenne es einfach der Einfachheitshalber Samurai-Schwert. Ich finde, es sieht auch aus wie einer. Und was ist so besonders an dieser Waffe? Sie ist sowohl fern- als auch nahkampf. Und das noch, also noch was richtig cool ist an der Waffe, ist der Angriff. Ihr seht sie, hier ist einfach Seltenheit, häufig Level 1. Hat 84 Schaden. Wenn wir das mit anderen Waffen vergleichen, dann sehen wir hier Angriff 60, 60, 60. Alle haben 60, außer sie hat 84. Also sie hat auf jeden Fall einen deutlich höheren Grundschaden. Was noch hinzukommt, ist dieses Immun- gegen Kollisionsschaden von vorne bei Nachkampfangriffen. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, oh, wenn es eine Nachkampfwaffe wird, was passiert mit dem Kollisionsschaden? Ja, er wird geblockt, sobald die im Nachkampf sind. Was nicht geblockt wird, sind Fernangriffe. Wenn die Monster Fernangriffe haben, dann werdet ihr trotzdem getroffen. Und das finde ich manchmal sehr schwierig, da auszuweichen. Aber wir testen gleich die Waffe nochmal. Denn es gibt auch einen neuen Helden und der neue Held. Shingen heißt er. Der ist hier unten. Passend zu der Waffe ist es auch ein Samurai. Dieser Samurai hat eine folgende Fähigkeit. Und zwar, wenn seine GP fällt, erhöht sich seine Angriffsgeschwindigkeit und auch der Kritschaden wird erhöht. Heißt, er wird stärker, wenn die TP fällt. Was ich eigentlich ehrlich gesagt nicht so mag, denn ich mag es, wenn meine TP relativ hoch ist. Aber sei es drum. Testen wir ihn mal mit der neuen Waffe und dann können wir uns das Ganze auch anschauen, wie das funktioniert hier. Ihr seht, das ist das Samurai-Schwert oder die Dämonenklinge Regen im Fernkampf. Und so sieht das Ganze aus, wenn man im Nachkampf ist. Na, so sieht es eigentlich nicht aus. Sieht genauso aus wie im Fernkampf. Hm. Stimmt doch was nicht. Moment. Ich muss ja nochmal rein. Zumindest Helix hat sich dabei gedreht. Nehmen wir mal einen anderen. Ah, hier. Er zieht das Schwert und schlägt zu. Also, Nachkampf unterscheidet sich. Aber bleiben wir mal beim neuen Hero-Shingen, den Samurai. So, jetzt los. Zieht das Schwert. Ja, vielleicht habe ich das Brühe noch nicht richtig gesehen. Er macht hier den Nachkampf. Und, wie wir ja schon gesagt haben, verliert er Leben, dann erhöht sich seine Angriffsgeschwindigkeit und auch der Gritschart. So, jetzt hat er Leben verloren. Und ihr seht, er schlägt zu wie ein Verrückter. Er ist aber, wie ich finde, trotzdem nicht so stark wie andere Heroes. Also, im Vergleich finde ich ihn nicht so toll. Muss ich sagen, wir können das Ganze auch mal mit Schatten machen. Und dann seht ihr, wenn Schatten hier loslegt, dann haben wir hier oben direkt viel mehr Schaden und gegen solche Gruppen. Da legt Schatten erst richtig los. 6.000, 7.000 Schaden. Also, Schatten macht meiner Meinung nach deutlich mehr Schaden. Und ihr seht, obwohl es heißt, bei der Waffe, dass sie beim Nahangriff kein Kollisionsschaden hat, äh, äh, also, dass ihr kein, ähm, Kollisionsschaden erhält, immun gegen Kollisionsschaden, erhält Schatten hier trotzdem Kollisionsschaden. Und gestorben. Ganz sauber funktioniert das mit der Waffe nicht. Deswegen, ich bin nicht so ein riesen Fan von der Waffe. Zudem wird das vermutlich auch noch Ewigkeiten dauern, bis ich sie, ähm, auf, auf Legendär habe. Deswegen, ähm, ich bin da noch vorsichtig. Auch mit dem, äh, mit dem neuen Samurai Shingen bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Ob das wirklich die Top-Wahl ist. Ähm, vielleicht in Kombination mit der Waffe. Aber, ich bin ein bisschen skeptisch. Was gibt's als nächstes, äh, Neues? Da müssen wir eigentlich direkt hierbleiben. Denn es gibt neue Outfits. Einmal, Shingen hat ein Outfit. Und wenn ihr euch diese, ähm, Bonis seht, ähm, also die Benefits, die ihr bekommt durch das Outfit, dann muss man sagen, richtig gut. Angriff plus 125. Das gibt kein anderes Outfit. Macht euch so viel stärker. Auch hier, ähm, diese, ähm, diese, diese ganzen Fähigkeiten. Angriff plus 4%, Projektilschaden, ähm, ähm, plus 4%, Kollisionsschaden, immun gegen Kollisionsschaden, plus 7%. Eine richtig, richtig gute Sache. Also ein richtig starker, ähm, ein richtig starker Outfit. Und daneben gibt's noch für Aquaea auch nochmal ein Outfit. Das Meerjungfrauen-Giwan. So, das, meiner Meinung nach, lohnt sich das nicht so sehr. Denn 525, ähm, GP zusätzlich, wenn ich's mir aussuchen kann, dann nehme ich immer den, ähm, den Angriff. Und der 525-Angriff sind für mich deutlich mehr wert. Und der Preis ist auch dasselbe. Aber, als Übersicht, ja, es gibt beide. Und nun kommen wir zum siebten, äh, zur siebten Änderung. Und zwar, das ist vermutlich auch die aller, allerbeste Änderung. Ihr müsst mal hier oben auf eure Mineralien gehen. Und wenn ihr noch nicht das Update habt, dann seht ihr, oh, ihr könnt nur zwei Steine einlegen. Und ich haben, ich kann hier drei Steine einlegen. Und das ist wirklich mega gut. Inzwischen, ich kann mal hier mal eins entfernen. Dann sieht man den Unterschied. Also, ein, äh, Angriff 130, Schaden gegen Mobs 65. Und wenn ich das jetzt noch hinzufüge, also ein drittes, dann habe ich hier nicht 130, sondern 180 Schaden. Ähm, also ihr könnt nochmal einen zusätzlichen Stein reinmachen, was richtig, richtig gut ist. Und, ähm, deswegen, das wird uns richtig stark machen. Ich hoffe, dass ich damit dann auch Kapitel 21 absolvieren kann. Nun sind wir auch schon an Punkt 8 angekommen. Ähm, zu dem neuen, äh, zu dem neuen, äh, zu dem neuen alten, geheimen Überraschungs-Update. Was sie, ähm, ja, was sie heimlich hineingebracht haben und es uns nicht erzählt haben. Jetzt schaut mal, wenn ihr hier oben auf Einstellungen geht. Was seht ihr hier? Ihr seht, Promocode eingeben. Und viele von euch wissen es noch. Diese Funktion Promocode eingeben, die gab es mal. Und irgendwann, ähm, Anfang diesen Jahres hat man das herausgepatcht. Und es gab auch keine Promocodes mehr. Ja, und nun haben wir das wieder eingeführt. Und das bedeutet auch, vermutlich wird es auch wieder, ähm, Promocodes geben. Ihr wisst, sobald ein Promocode rauskommt, ähm, werde ich das Ganze hier auf dem YouTube-Kanal, äh, veröffentlichen. Veröffentlichen, also einschalten und, äh, liken, abonnieren, lohnt sich. Äh, eine super Sache finde ich mit dem Promocode. Ähm, ich freue mich drauf. Ihr euch bestimmt auch. Und da sind wir auch schon am Ende mit der Übersicht der, ähm, der Neuerungen in dem neuen Release. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ähm, wenn ihr Lust habt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Bis dann.